Hallo zusammen, ich bin Florin Fontana, ich bin Praktikantin im PZM und ich zeige euch heute meinen Alltag als Fachmann, Fachfrau, Betreuung. Ich habe recht schnell gelernt, dass es keinen eigentlichen Kita-Alltag gibt, weil in jedem Tag in der Kita ein bisschen anders verläuft, wo es passieren, zum Beispiel nicht planbare Sachen oder es gibt spontane Änderungen bei Aktivitäten, bei den Spielorten, je nach Witterung, dann müssen wir wieder reinzügeln, wenn es nicht mehr fest regnet und die Kinder nass sind. Die Beziehung mit den Kindern, aber auch mit den Eltern, sowie das eingespielte und beständige Team, in welchem ich mich sehr wohl fühle, haben meine Entscheidungen für den Ausbildungsort mitbewerben sehr leicht gemacht. Richtige Eigenschaften, die man in der Ausbildung mitbringen sollte, ist sicher, dass man einfühlsam zu den Kindern, dass man geduldig ist, dass man lastbar sein kann, dass man ruhig bleibt in hektischen Situationen. Teamfähigkeit ist sehr wichtig, sei es mit den Mitarbeitern oder auch mit den Eltern, kommunikativ, dass man Probleme sofort anspricht, miteinander und mit den anderen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann bewerben wir euch doch noch heute. Tschüss!